Wir werden im Wohlstand leben Ja, auf jeden Fall, wir wollen erstmal, dass das mal glaubt Sollte gleich ankommen Natürlich Upgrade verfügbar Wir werden im Wohlstand leben Wir haben große Pläne Schön hier Konstruktion abgeschlossen Wir werden im Wohlstand Wir haben große Pläne Schön hier Konstruktion abgeschlossen Das Gebäude ist fertig Lasst uns bauen Natürlich Okay Jetzt schicke ich die Falle aus Upgrade verfügbar Um Die Ressourcen zu bekommen Die bereiten sich schonmal hier vor, um das einzunehmen Dann schicke ich den Panzer Ich werde ihn zur Verteidigung schicken Ja Ich muss den Geschmarrn Ich habe den Geschmarrn 2.000 Ich habe den Schmarrn Ich habe den Schmarrn So, wir haben unsere Ein paar Rewards manchen mal Okay Wir haben alles gebaut Jetzt brauchen wir Zwei Ein zweites Infantryhaus Der muss saubert Ich glaube Ja Ja Okay Hier baue ich mein Flughalter Hier bauen wir Ich hoffe mal so kann Jetzt Wir machen das Okay Hier haben sich noch keine Freunde gezeigt Ja Okay Wir bauen hier noch ein zweites Geschötzern Wir sollten Geschötzern und hier hinter den Linien bauen wir einen Atombunk haben und wir können jetzt gleich Hacker bauen ok, hier haben die gekämpft, sie haben überlebt ok, bauen wir einen zweiten Bauern Einheit verloren ja, hier haben wir das Upgrade hier, Tower Upgrade ok, gleich bauen wir Overlords ok und wenn wir hier sind, dann bauen wir hier mein Geschütz tja, wir brauchen noch zwei Baller das ist kein Nationalismus Upgrade ja, hier ein Reifen nach links und dann lösen ja, schicken wir uns an Konzern sogar und sollte sich das geklappt haben ja, die Hacker steigen rein viele brauchen wir ok, jetzt haben wir genügend Hacker gleich wir sehen er hat zwei Helikopter er hat hier zwei Jeeps ich weiß nicht ob er irgendwelche Jets hat aber auch hier die Drohne und auch den ja, das können wir ihn zerstören das zerstören wir mal hier der Hacker braucht sich noch ok wir könnten noch auf einer dritte waren die Partik expandieren das schadet nicht die Partik expandieren wir brauchen den ersten Overlords so, dann holen wir uns noch mehr Energie wir brauchen unsere Verteidigung wir brauchen unsere Verteidigung und nochmal hier wir haben noch Schand hier auch hier nochmal ok, dann sind wir vorhörloppen Einheit verloren wir sind hier durchgebrochen wo sind wir wieder ich bin schnell unsere wir haben alles zu schützen also wir sind fertig aber wir brauchen noch mehr Hecker wir brauchen noch mehr Hecker aber dann schicken wir die Einheit verloren Einfach um sie beide auf uns zu haben ok ich brauche nochmal ein paar Panzer und dann auch so weit die Kastner 36 die lohnt sich auch auf jeden Fall die Bessel Master ja die greifen mich an aber dass die Kastner 33 9 kann man es mir sagen ok ich werde den Bagger anstecken und das dann bei uns lassen wir werden im Wohlstand liegen Einheit verloren und noch geht die Verte Raufen Fabrik aber das hatte ich schon viel früher einnehmen sollen Ah, da kommen die, da kommen die Chips. Okay, ich schicke das mal kurz zurück. Okay. Ich hab wieder ein paar Einheiten. Ich sammle die erstmal hier an der Front. Ja, okay, sehr gut. Ja, das könnte ich eigentlich auch einnehmen. Ja, ne, gibt's gar nicht mehr. Schon besiegt. Okay, teide ich. Was ich hier halten kann. Wir brauchen eine Atom-Rakete. Wir haben uns in den Cache. Wir brauchen hier nochmal zusätzlich. Kecker alternativ. Ja, um, 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 um. Aber es ist auch gut. Wollen wir mal ein paar haben. Und noch ein paar Panzer. Ja, was wir mit der Fabrik? Dann können wir schneller bauen jetzt. So. Okay, die Front hält. Front hält. Okay, wir cutten uns noch. Supporter einheiten holen. Kugzeuge. Okay, wir holen zwölf Kugzeuge an. Okay, wir holen das dritte Dings. Wir haben große Plätze. Das ist doch. Ja, hier nochmal ein Upgrade. Upvillings. Natürlich müssen wir unsere Base schützen. Gleich auch. Hier Upgrade. Okay. Okay. Wir haben unsere Cache. Und gerade. Wir haben hier noch was gebaut. Ne. Wir sind wieder alle trocken. Erstmal schicke ich dich hier nach vorne. Und dann greife ich ihn auch gleich an, würde ich sagen. Ich schicke alles nach vorne. Dann breite ich schon mal den Angriff vor. Ja. Ja. Ich weiß halt, wann wir nicht schützen. Das ist Upgrade verfügbar. Vorluftangriffe. Ja. Vorne. Okay. Das sollte safe sein. Hier. Das habe ich komplett vergessen. Da müssen wir in den Bunker rein. Wir haben nicht noch ein Upgrade. Das ist gut. Ja. Vorher war das sehr gut. Okay. Okay. Bauen wir mal. Einen Panzer. Einen Panzer. Und wieder vier Panzer. Aber die Hacker upgraden sich noch ab. Sie sammeln sich hier. Ja. Okay. Hier die mal. Okay. Schon mal auf eins. Wo geht's zur Schlacht. Wo geht's zur Schlacht. Wo geht's zur Schlacht. Das sind meine Supporter. Das ist auf Weichen. Okay. Angriff. 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 Also. Ja. Die vier. Die vier. Schicklich zur Insel. Neues Befehl bestätigt. Und die. 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 Das war ja nicht ganz klar. Die. Die Einfluss. Die. Die inadmitte. Die. Chopp. Alle. Die. 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 Sie wurden befördert. Einheit verloren. Das war falsch. Okay, okay. Einheit verloren. Zurück, so. Ah, ich hab noch keine Rüstung. Okay, jetzt hier Upgrade, Upgrade. Jetzt hier auf das Silo expandieren. Ja, und jetzt, wir brauchen hier eine Nupe. Wir haben hier schon hier gute Defense. Jetzt können wir hier die nächsten Hacker aktivieren. Die nächste Welle der Hacker. Aber hier können wir noch eine Defense haben. Oh ja. Oh ja. Oh, wir schweilen, oder? Wie ist das? Ja, aber hier ist das gleich leer. Das ist die Po. Ja. Oh 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 ja. So. Wir sind da durch+. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Boah. Oh ja. ich hab keine Energie leider muss sich hier alles optimieren los geht Energie, Energie irgendwo hier 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 neben den Atom-Sinks wo Energie bauen wir so wir haben hier unsere vier Flugzeuge Systeme online das Gebäude ist fertig schon angeschlossen, angeschnallt und bereit so hier bauen wir noch mehr Hacker hier bauen wir noch mehr Cache ja ich brauch Truppen ich muss jetzt einfach Truppen bauen wir bauen jetzt Overlords und dazu einen kleinen Mix und reinhalten und ja die kriegen wir gleich noch mehr Cache jetzt müssen wir ihn noch darauf sparen aber das geht schnell ok er greift euch an ich schicke seine Gruppe das heißt wir können ihn angreifen ja und den Angriff kann ich abwehren ich schicke jetzt einfach meine Flugzeuge los ja leider die greifen noch eine Beteiligung an ja leider die greifen noch eine Beteiligung an wenn man gleich ja äh hat das noch mal wird ja jetzt war ich schon mal auszusehen irgendwas gedrückt ja ich brauch noch mal zwei Einheit verloren hier noch mal eine Beteiligung Gatlin geschützt ja noch mal ein paar Raketen Einheit verloren ja und so weiter ja leider leider wir haben noch einen sterben ja aber da hat diese Dings Raketen raus ok leider leider also so Brand Antics kann ich sie leider unterziehen leider und er hat Raketen aber wirklich haben die Faketen ausgerüstet das reicht nicht nur also also ich schicke ihn wieder zurück was ist da los hier ja es ist nur noch ein Startklar ok unsere Atomrakete ist bereit General ja was soll ich machen ich muss ihn irgendwie anders besiegen ja Atomrakete ok dann kann ich seine Einheit um hier zu sterben oder ja ich zu störsame wir haben eine Atomrakete gestartet unsere Basis steht unter geschossen Einheit verloren Glückwunsch General Sie wurden befördert shit und ich hier ok ich weil ich schweb ich hole hier ich habe Die Hacker, probieren Ich bin mir jetzt in die Tanks dran Ich werde versuchen, mich hier zu gewinnen Ich hole jetzt unsere extra Einheiten Was mir Glück haben, die überlebt Was muss ich hier zerstören? Und dann seine Produktions-Dings Hier, die Heiden hole ich auch noch an Ich habe echt viele Einheiten Also es sollte reichen Ich hole die auch noch an Dann mache ich... Ja, das habe ich zu starten, sag ich selber Das habe ich auch zu starten Ich kann keine Einheiten produzieren Also sonst kann ich sie nicht angreifen Aber erstmal mache ich das anders Ich schicke dich hier nach oben einfach Einheit verloren So, was hat er? Er hat keine Energie Kann zerstören seine Energie schnell Ich habe auch noch einen Jäger Hier habe ich auch noch einen Jäger Dann denke ich hier auch noch auf die Energie Okay, ich habe genug in Crash Dann kann ich dann mal die nächsten Jäger ausbauen Einfach Atomraketen zu Tiemann werden Einheit verloren Wir werden einfach mit Atomraketen gewinnen Das sind die Atomrakete Wir werden einfach mit Atomraketen Ein sehr guter Kiel Ein einfach mal extra Energie Ein ganz schönes Atomrakete Ein ganz schönes Atomraketen Ein ganz schönes Atomraketen Ein ganz schönes Atomraketen Unserer Atomraketen Er hat jetzt wieder keine Energie. Jetzt machen wir die Atomrakete. Wir haben eine Atomrakete gestartet. Wir haben jetzt Angriff. Ich habe gezeimt. Dann gehen wir zuständig zum Helikopterplatz in den West. Und hier EMP drauf. Dann bombardieren wir das. Einheit verloren. So, jetzt gehen wir das Zins an. Waste drauf. Genau, habe ich Waste drauf. Oder hier. Einheit verloren. Ja, ich würde sagen, ich würde sagen. Ja, hat recht Spaß gemacht wieder zu spüren. Ja, wir bauen einen Karton. Okay. Dann können wir auch noch ein Hacker. Ich bin kurz in der Freidegung. Ja, auf jeden Fall. Der Hacker ist noch nicht. Passt mal rein. 10. Äh, 3. Wir können noch mehr Hacker bauen. Ja, bauen wir noch mehr Hacker. Zum Schluss. Da müssen wir noch ein bisschen öffnen. Ja. Wo geht's zur Schlacht? Wir halten die Stellung. Einheit verloren So wir checken nochmal alle unsere Jäger los, dass es dann schneller geht Wir werden im Wulstum fliegen Wir werden im Wulstum fliegen Ja, hier wurde irgendwas zerstört, ne? Ja, nochmal, ja, GG. Wir haben gewonnen. Hat Spaß gemacht. Ja, ich habe was alles wieder gemacht. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Ja, wir hören das, ein Alter.